So, ich muss jetzt ein neues Video machen. Ich darf offiziell gar kein Foto machen. In der Frau war jetzt gerade ganz schlecht. Die Männer standen nur dann. Sie ist halber umgefallen. Dann habe ich gesagt, die Männer sollen die Jacke und die Taschen nehmen. Das fand ich sie aber auch nicht so toll. Die steht direkt vorm Eingang und kriegt keine Luft. Mensch, schon echt wahr. Schauen wir mal. Hier. Ich glaube, ich muss aufpassen, den Video machen. Das ist super eng. Hier ist gar kein Platz. Ich weiß gar nicht, was hier ist. Oh Gott. Na ja. Lingam. Da muss ein Shira Lingam oder sowas sein. Keine Ahnung. Absolutes Chaos. Aber das Geile ist, die älteren Leute sind so fit, die machen das, weil sie beten wollen. Da war jetzt gerade eine Kuh und die Kuh war heilig. Jetzt habe ich es kapiert. Ohne. Ich musste echt immer lachen. I'm sorry. Aber es ist jetzt halt wie es ist. Ich bin dankbar, dass ich hier sein darf. So, jetzt schauen wir mal. Ich darf hier nun mal kein Video und Fotos machen. Hier geht es jetzt weiter. Ich darf nun mal kein Video und Fotos machen. Ich versuche jetzt so viel, wie ich kann. Aber dann seht ihr ein bisschen, wie chaotisch das Ganze hier ist. Hier geht es weiter. Hier ist wieder kühl. Das ist voll angenehm. Hier ist ein bisschen wenig Gips. Jetzt geht es hier wieder hoch. Schauen wir mal. Das ist ja lustig. Jetzt geht es hier wieder runter. Hier tropft es überall. Aber der Boden ist fest. Jetzt kommt der Wasserfall. Wo wir gerade waren, auch dann... Oh mein Gott. Okay. Was sollte. Oh mein Gott, wie schön. Also schon groß. Habe ich jetzt echt unterschätzt. Entschuldigung. So. Da unten muss ein Wasserfall sein oder ein Bach oder so. Wir gehen jetzt mal runter. Leider seht ihr jetzt nicht so viel. Ich beende jetzt das Video. Aber ihr seht hier diese Riesenhöhle und ihr hört das Wasser. Es geht später weiter. Bis dann.